Hey, meine Rabauken, in der heutigen Episode bauen wir Würfel ab. Das heißt, wenn wir einen Block abbauen, haben wir 1x1x1. Wenn wir noch einen Block abbauen, haben wir 2x2x2. Und das Ganze wird enden, indem wir mit einem Schlag 250.000 Blöcke abbauen können. Mit dabei ist aus Molinski. Moinski! Okay, na, wir machen mal, Lina. Der erste Block, easy, das ist 1x1x1. Wir haben übrigens getrennt, das heißt, ich hab jetzt 2x2x2, weil Lina hat immer noch 1x1x1. Jawohl! Äh, ja, dann bau du auch mal ab. Nee, nee, bau du lieber ab, weil dann kann ich mir dein Holz klauen. Warte, ich hab eine Idee, wir müssen auch klug sein. Ich baue hier innen ab einen Block und dann müsste ich doch einige Holzdinger scheppern. So. Ja, jetzt habe ich 4 Holzstämme, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich bin bei 3x3x3. Wir müssen wirklich vorsichtig sein mit den Blöcken, denn das Ding geht hier sehr, sehr hoch. Wenn ihr das Video bei Lina schon gesehen haben solltet, wir haben hier die gepimpte Version. Es geht doppelt so weit. Oh, ja. Also, es wird sehr, sehr heftig am Ende. Ähm, lasst eine positive Bewertung da, wie immer, Leute. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Äh, man kann auch ziemlich heftig... Ah, warte mal. Man kann ziemlich heftig einen Trick abusen. Beispielsweise den hier, passt mal auf. Ich platziere hier einfach eine Fackel. Bau die ab. Oh, ja, stimmt. Eine Fackelkiste. Die Obsidian. What the heck, ja. Es hat an der Tür geläutet. Fünf Obsidian, das reicht leider nicht für ein Portal. Wir können aber jetzt hier zumindest schon mal eine Steinspitzhacke machen. Wir sind bei 4x4x4... Du hast doch doch eine Eisenspitzhacke. Ach ja, lol. Statt. Hä, ich bin ja voll ausgehörscht. Ich brauche ja gar nichts mehr. Weg mit der Scheiße. Die Fackel behalten wir. Das ist unser Leid. So, die Werkbank brauche ich dieses Mal nicht ab. Die lassen wir da stehen. Die lassen wir stehen. Essen. Okay, ähm, haben wir hier Heuballen in dem... Wie bist du das? Kleine Kackerdorf. Nee, hier sind glaube ich keine. Da sind aber Kühe. Wir brauchen als nächstes einen Ofen. Ich kümmere mich darum, Elina. Gar kein Problem. Uh, okay, easy. Oktobrede am Start. So, ich bin jetzt schon bei... Warte mal, 15, 25 mal 15. 125. Ich bin bei 125 Blöcken mit Eimer. Das ist schon nach wenigen Sekunden... Das schmeckt. Das ist schon eine schöne Sache. Wir haben keine Kohle. Ich muss Kohle rogern. Da ist Kohle. Ja, ich weiß auch, wo Kohle ist. Kohle, wo? Bum. Oh, das war eine Kohle. Das war eine Kohle. Hä? Oh, Mann. Völlig sinnlos mit einem Block-Counter hochgetrieben. Das reiht ich ja vorn und hinde nicht. Schade. Hä, war doch übergut. Ja, das stimmt, aber leider das ganze Haus nicht. Ja, dass so viel steht, tut ja jetzt nicht mehr. So, wir brauchen nämlich Holz. Holz haben wir jetzt auf jeden Fall etwas ausgesucht, würde ich sagen, mit insgesamt 100. So, wir sind bei 7x7x7. Langsam wird die Zahl etwas hoch. Wir haben jetzt auch Kohle, gehen zurück zum Ofen, braten das und dann würde ich sagen, gehen wir auf die Suche nach einem... Ey, wollen wir einen Diamant-Speedrun machen? Ja, Mann. Ja. Okay, also das... Hey, das ein Kohle hat gereicht? Ist ja okay. Ja, wir können das aber jetzt nicht abholen. Wir müssen es stehen lassen. Ja, aber guck mal, hier ist ein Sumpf und im Sumpf sind sehr viele Diamanten unterirdisch. Das heißt, du hast ein kleiner Sumpf, aber es müsste trotzdem fett gehen. Wir werden uns jetzt... Ja, lass einfach so runtergraben, ist ja jetzt auch egal. Okay. Ja, ich leg mal los, ne? Ja, eigentlich bräuchten wir einen Wassereimer. Ja, haben wir... Stimmt. Haben wir Holz? Äh, Eisen? Ja, ich hab welches. Das wollte ich auch braten, aber dann bist du weggegangen. Dann go. 9x9. 10x10. Okay, das Wasser ist eigentlich perfekt. Da kriegt man keinen Schaden. Mal weiter. Boah, richtig viel Eisen. Oh mein Gott. Ich hab hier so eine Mining-Farm gebaut, Elina. 12x12. Müssen wir was essen. Wie sieht es aus mit Eisen? Haben wir da jetzt hier... Wir sammeln das nämlich gar nicht auf. Ja, da haben wir... Geben Sie mir das Eisen, bitte. So. Eisen haben wir... Für 5? Ah, hier ist noch was. Hier versteckt sich doch safe auch noch was. Rück mal raus. So. Ich würde sagen, ich baue hier auch mal ab, ne? Hier so in der Ecke ist doch klug. Abfahrt. Oh. Ja. Jetzt haben wir auch deutlich mehr Eisen. Und Kohle haben auch... Voll die Level-Farm auch. Ja, ja, aber... Ja. Wie tief sind wir denn jetzt schon? 32. Ja, wir nehmen uns hier einen Diamanten. Oh, Elina. Moin, Ben. Was geht denn? Bei wie viel Bischten? Ich bin bei 13x13x13. Ey, das ist voll aufgehört. Ich bin... Ey, Kupfer. Kupfer nimm mal auch mit. Äh, 25. Wir machen weiter. Aber man kann gar nicht beurteilen, wer G. Das leckt so sehr. Lapis. Man braucht auf jeden Fall einiges an Essen für diese Mining-Methode. So. Okay, wir sammeln das alles an. Wir sind schon bei Schieferblöcken. Jetzt haben wir ein Steak Eisen. Okay. Eisentechnisch, denke ich mal, haben wir ausgesorgt. Und kohletechnisch auch. Wir sind bei Höhe 17. Der nächste Hit geht ja wieder gut tief. Ich hab welche, aber ich hab sie nicht abgebaut, hä? Ach, genau an der Grenze, oder wie? Ja, irgendwie... Lava. Jetzt verbrennen wir nicht meine Diamanten, ey. Kieselsteine haben wir auch. Redstone. Gold. Oh, Elina, halten Sie sich bitte zurück mal kurz. Diamanten. Das haben wir am Leck gemerkt, du, ey. So, passt auf. Hier haben wir nämlich Gold. Gold brauchen wir ja auch noch. Redstone. Okay, ich bin... Lapis nicht... Ich bin hier tatsächlich in eine Schlucht gekommen. Oh, lol. Das ist auch ein Lavasee. Wartet mal. Boah. Jetzt seht ihr mal diesen... diesen anderen Lifehack. Wartet. Ich muss hier kurz... Ich muss mich hier kurz lang... Ach, warte. Das dauert mir zu lang. So. Okay, jetzt gehen wir nämlich hier hin. Und jetzt scheppern wir... Äh... Ich hab 16 und ich bin höher 11. Wir sind noch safer. Das Ding kann auch Bedrock abbauen. Wir machen mal das hier. Zack. Ich hab Diaz. Ich hab auch Gold. Und ich hab auch... Obsidian. Das ist nämlich der Trick. Kannst einfach Obsidian mit einer Steinspitzhacke abbauen. Wenn ich es jetzt noch aufsammeln würde, wäre ich auf jeden Fall happy. Hä? Bin ich durch? Ach, ich hab schon 18. Ja, okay, komm. Ich hab ein Stack. Alles gut. Gold haben wir auch mehr als genug. Nochmal Diaz. Aber die sind hier. Das ist ja mau. Das ist eine mau Nummer. Wie baue ich denn das ab? So jetzt. Oh, no. Eli, das war der Mark. Ja, das hier und das hier und das und das. Ich hab alles verloren. Alles. Und das und mein Helm. Und das und das. Okay. Äh, Eisen, Kohle. So. Das hast du Holz. Na sicher. Ich denke, wir haben jetzt ausreichend Gold. Ähm, ich hab nämlich 22. Du hast auch ein bisschen was, ne? Nö, ich hab gar nichts. Hä, gar nichts. Dann haben wir doch nicht genug. Das ist ja eine mauere Nummer. Dann bauen wir. Ne, ich muss mich ein bisschen hochbauen. Sonst machen wir wieder hier Bedrock-Action. So. Go. Ja, einiges hier wieder. Ja, jetzt haben wir aber genug. Ich hab jetzt 50 insgesamt. Du hast auch was aufgesammelt. Hab ich genau gesehen. Ich hab eins aufgesammelt. Ja, hab ich auch gesehen. Oi, 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 oi. Aber Diamanten sind hier wirklich rar. Rar. Einmal noch Diamanten finden. Wir sind bei 24 mal 24 mal 24. Das heißt, wir bauen uns zwölf runter. Äh, zwölf. Okay, das heißt hier so. Das müsste eigentlich so gut passen. Da waren welche. Oh, oi, oi. Wir haben 15. Boah, ich dachte, du baust die Smaragd. Aber ich wollte gerade schon brüllen. Nein. Da wären wir durch beide tot gewesen. Dann scheppert es uns in den Bedrock. Oh, oi. Weil wir sind höher 5. Und bauen aber die Hälfte nach unten. Also zwölfeinhalb. Und das ergibt auf jeden Fall einen Minusbetrag. Was heißt, wir scheppern in den Beut? Ui. Melina, Fehler sind passiert. Oh, Feuerstein könnten wir auch gebrauchen. Melina, ich hab ein Steck davon. Das mit diesen Grasblöcken ist wirklich, da muss man sehr aufpassen. Also, ich sag das so, ich bin dem einzigen, den das dauernd passiert. Nein, die hast du auch schon einmal passiert am Anfang. Aber dann mir nur noch. Das war nur ein Fenster, Elina. Ich weiß gar nicht, was du hast. Jetzt muss ich aufpassen. Hey, so stimmst du oder nicht? Jetzt hab ich das gerade komisch geworden. So. Mein Gott, sieht das hässlich aus. Bam. Ab in den Urlaub. Let's go, ich hab hier 8 Stück. Da ist einer. Ach, du hast 8 zum Traden. Nee, ich hab nur 3. Warum hast du denn 8 gesagt, wie random? Weil 8 meine Lieblingszahl. Ach so, ja, ich hab hier auch 24. Ist 24 deine Lieblingszahl? Ja. Wie schön. Besiege ich 2? Die Schildwert ist natürlich deutlich einfacher. Die sind sehr stark. Ich besiege die auf keinen Fall. Das war ein Lagarino. Ich wollte mich einen Block runterbauen, damit ich die hitten kann. Ich hab ganz vergessen, dass dann... Ich bin bei 30, bei 30, bei 30. Oh, er beschützt mich. Ehrenbruder. Wir sind bei 2700 Blöcken, Elina. Verstehst du das, wie viel das ist? Das verstehe ich. Ich hab 3 Enderperlen. Nice, hab 0. Aber ich hab, äh... Ach doch, nee, ich hab auch Enderperlen. Cool, ich hab kein Gold mehr. Ich hab einiges noch. Ungünstig. Wenn ich nicht weiß, wo mein Gold hier... Ich dachte, da ist ein Lucky Block. Das sah übel so aus wie ein Lucky Block. Ich dachte, was macht der denn hier? Ja, hab ich so... Hier ist noch mehr Gold, ne? Feuerresi-Potion kann man auch immer gebrauchen. Enderperlen, danke. Äh, hier ist noch einer. Warum tradet denn der nicht? Wie viel Level hast du? 25. Ich habe... 28. Lol, ich glaub, ich weiß, was du mit Lucky Block meinst. Ja, den Goldhelm, der Dinger. Oh, okay, dann nicht. Ist das richtig hoch? Ja. Nein. Ich hab dich extra gefragt. Manni, Lina, ey. Lass es ein Profi machen, Ben. Ich hab nur neun, du hast welche geklaut. Oh, heftig ist auf sie, ja. Ich hab das Feuer nur ausgeschlagen. Ach ja, ja gut, da ist ne Mauer, dummer. Aber da sind wir wieder zurück. Wir sind zurück, ja. Ich habe massive Essensprobleme. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist ein verlassenes Portal. Vielleicht finden wir da nochmal den einen oder anderen. Junge, was willst du von mir? Alter. Hier ist ein Coca-Cola-Eisbänder. Jo. Ey. Ein OP-Gold-Apfel. Neus. Der schmeckt. Der schmeckt. Junge, der ist so aggro. Ich mach den doch gar nichts. Ah, ich bin drin. Oh, du hast es abgebaut. Ja, ich muss doch abbauen. Ja, das war auch smart. Aber jetzt haben wir einen Wasserschaden. Wir haben so einen Wasserschaden. Der ist heftiger als der in meiner Wohnung. Okay, jetzt aber nix mehr abbauen. Wir können nämlich, glaub ich, in der Spitztag auch das Portal abbauen. Erstmal den Spawn abbauen. Boom. Ey, zwei stecken. Ähm, ich brauch den Blaze. Jawohl. Den Blaze, Sereno. Lina, pass auf. Die Blöcke kann man ganz schnell kaputt schlagen. Kein Problem. Hier. Ja, dann ist das Portal weg. Was machen wir dann? Dann haben wir ein kleines Problem. Yeah. Wie viel brauche ich noch? Zwei? Drei. Natürlich brauche ich drei. Genau. Hast du noch einen Wolle? Ja, ja. Ich mach gleich ein Bett. Hab ich selber. Ich mach das. Warum fragst du dann so sinnlos? Hast du noch ein bisschen Holz? Äh. Oh, das reicht gerade so. Warte, ich hab's. Ähm, ich hab eh Massenhaftholz und kann auch ein Bett machen. Ich mach's. Hab's schon gemacht. Hab's schon gemacht. Mann, ich baue den Spawner ab. Leggo. Lalalalalala. Oh. Jetzt haben wir ein Problem. Wir haben ein Problem wieder. Das müsste eigentlich, wenn ich meine Mannschaft richtig verstehe. Mhm. Probier, geht überstudieren. Ah. Ach, der Glück. Siehste? Problemlos. Gar kein Thema. So. Das Problem ist, ich kann euch das mal zeigen. Man kann natürlich jetzt auch, äh, klugerweise, könnte man jetzt diesen Block abbauen. Und dann baut man natürlich auch den Turm mit ab. Oh, scheiße. Ich hab viel zu wenig abgebaut. Das hab ich voll schlecht gezeigt eigentlich. Naja, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist der Aspekt, dass ich erstmal ein OP Goldapfel ganz schnell esse. Ähm, dass man diese, diese, ähm, Endkristalle sind kein Block. Also, den kann man nicht abbauen. Also, man wird nicht drunter rumkommen, die halt mit dem Bogen abzuschneiden. Das Einzige, was du halt als Vorteil hast, du könntest jetzt die Türme abbauen, dann hast du, äh, mehr, also kannst du den besser hitten, weil halt da drunter keine Blöcke sind. Okay, aber. Wolltest du den hitten? Du wolltest den. Ja, klar wollte ich den hitten. Ich sag's, ob du den davor und so weit daneben geschossen hast. Wenn ich fünf ineinander treffe, schuldest du mir einen Tesla. Was? Ich hab gar nicht, ich kann mich noch nicht mal selber hinleißen. Ah, du hast auch gar nicht getroffen. Hey, nein, ich hab zweimal geschossen, zweimal getroffen. Hä, real, du hast doch auch Band, Elina, und du bist nur hier. Drei. Elina ist nervös. Vier. Oh, verdammt. Fünf. Scheiße! Das war ich. Der landet, wenn er landet. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich mich hier hinstellen wie so ein Opfer? Oh, Junge! Gar kein Problem. Boah, es hat fast nicht getroffen. Erinnern wir mal. Jetzt landet der voll tief, Elina. Was ist das? Guck dir, die Kacke machen. Nein! Guck dir, nein! Was ist denn das jetzt? Glaube ich jetzt einfach hier rein in den? Wie sinnlos. Das kann ich denn gar nicht kritten. Also, ich kann ihn leider nicht kritten. Das heißt, ich... Ach mein Gott, meine Dings ist kaputt. Ich muss mit der Spitzhacke jetzt. Die da... Ja, die macht genauso viel Schaden. Absolut sinnlos, sagst du mal. Ich hoffe, es hat euch eine positive Bewertung da. Und... Like und abonniere den Kanal. Oh, das haben wir überlebt. Doch nicht.